Hi! Viele von euch haben mich gefragt, wie man kostenlose Windeln bekommt. Dafür gibt es mehrere Gründe, entweder um eine Windel auszuprobieren, von der man nicht weiß, welche Größe man benötigt und ob einem die Windel überhaupt gefällt. Dafür möchte man natürlich keine ganze Packung kaufen. Hierfür gibt es alternativ bei verschiedenen Windelshops die Möglichkeit zwei Airprobe-Pakete zu kaufen. Andere haben schlicht wenig Geld zur Verfügung oder gerade keine Möglichkeit, sich Windeln zu kaufen. Oder Angst davor, dass andere es erfahren und man dadurch soziale Schwierigkeiten bekommt. Grundsätzlich muss man Windeln kaufen, wie jedes andere Produkt auch. Es gibt dennoch einige Möglichkeiten, die manchen von euch helfen könnten, verschiedene Hersteller bieten kostenfreie Proben an. Dafür müsst ihr ein paar Abstriche machen, es gibt nur Karten, die Windeln sind recht dünn und natürlich bekommt ihr als Probe kein ganzes Paket, sondern nur einzelne. Außerdem müsst ihr eure Daten angeben und die Probe wird per Post versendet. Wer schlank und eher kleiner ist und kein Problem mit Windeln zum Hochziehen hat, kann zuerst bei Dry Night schauen. Auf der Webseite entscheidet man sich zuerst für das Design und die Größe. Als Jugendlicher oder Erwachsener solltet ihr meist die größte Größe 8 bis 15 Jahre auswählen, sie wird noch am ehesten passen. Bei noch kleineren stehen die Chancen schlecht, wahrscheinlich wird sie beim Anziehen reißen oder sehr unbequem sein. Nun noch die Adressdaten und eine E-Mail-Adresse angeben. Passt unten bei den Checkboxen auf, die erste ist für Werbung, den müsst ihr nicht anhaken. Nur der zweite für Datenschutzbedingungen und AGB wird benötigt. Wem die relativ kleinen Dry Nights nicht mehr passen oder wer lieber richtige Windeln zum Kleben haben möchte, findet bei den anderen sicher etwas. Alternativ bietet Athens eine ganze Reihe an verschiedenen Inkontinenzprodukten an. Sie sind nicht bunt bedruckt, dürften aber auch den etwas größeren und kräftiger Gebauten passen. Die Liste ist sehr lang und beginnt mit Einlagen und Windeln zum Hochziehen. Ihr müsst lange nach unten scrollen und mehrfach die neuen Einträge laden, bis ihr endlich zu den Slips kommt. Die gibt es erst mit Hüftgürtel, was ich einmal getestet habe und sehr unpraktisch sind. Nach einigem Scrollen kommen endlich die normalen Snips, die klassischen Windeln am ähnlichsten sind. Sie werden normal mit Klebern vorne befestigt. Entscheidet euch für eine und klickt auf Gratisprobe erhalten. Als Saugstärke würde ich die stärkste nehmen, da es medizinische Windeln sind. Selbst die dicken werden dort weniger aushalten als ABDL. Bei diesem Hersteller könnt ihr insgesamt bis zu zwei Gratisproben in den Warenkorb legen, es ist also noch eine weitere möglich. Wer schon mal medizinische Windeln gekauft hat oder kaufen musste, wird vielleicht Zenny kennen oder zumindest schon mal gehört haben. Auch dort kann man eine kostenfreie Probe bestellen, sodass man eine Windel per Post zugeschickt bekommt. Das Unternehmen möchte dafür zuerst wissen, wie ihr darauf aufmerksam wurdet. Dann nennt ihr euer Geschlecht und wie stark die Windel sein soll. Hier würde ich ebenfalls die höchste Stufe, sehr schwere Inkontinenz auswählen, damit ihr möglichst dicke Windeln mit für medizinische Windeln hoher Saugleistung bekommt, die am ehesten an ABDL herankommen. Hersteller Nummer 4 ist Hartmann. Er hat einen Assistenten, der euch nach der Beantwortung von 5 Fragen die Windeln auflistet, die in Frage kommen. Hier scheint es derzeit keine richtigen Windeln zu geben, sondern bloß Einlagen. Wenn man schwerste Inkontinenz auswählt, werden einem gar keine Produkte angezeigt. Hier würde man keine Einlagen mehr verwenden, sondern nur noch Windeln. Nur mit der Auswahl schwere Inkontinenz sind derzeit welche verfügbar. Vielleicht ist es trotzdem interessant für manche. ARD-Med bietet dagegen deutlich mehr. 10 bis 14 Sorten verschiedener medizinischer Windeln können als kostenfreies Testpaket in einer Musterbox bestellt werden. Die Frage nach dem Urinverlust entscheidet darüber, wie dünn sie sind, wie zuvor würde ich schwer angeben. Ihr könnt aus drei Größen auswählen, die recht weit gefasst sind, im Vergleich zu ABDL-Größen wurden immer zwei kombiniert. Das sind aber keine anderen Größen. Sondern ihr erhaltet dadurch beispielsweise ein Paar in M und ein Paar in S. Allerdings sind hier nur die Windeln kostenfrei, den Versand in Höhe von 4,90 Euro müsst ihr selbst bezahlen. Da es relativ viele sind, bekommt ihr sie wahrscheinlich in einem Paket und nicht als Brief in den Briefkasten. Ihr solltet es also selbst annehmen oder sicherstellen, dass es niemand anders aufmacht. Außerdem müsst ihr ein Bankkonto für die Versandkosten haben. Im Gegenzug bekommt ihr allerdings deutlich mehr, als bei den anderen Angeboten, in Größe S und M sind es 10 Windeln, bei M und L sogar 14 Stück und L bis XL enthält 12 Windeln. Praktisch, wenn man sich bei der Größe nicht sicher ist. Für alle Angebote solltet ihr die Hinweise auf der jeweiligen Seite beachten, sie sind meist auf eine Bestellung pro Person begrenzt. Ihr solltet vernünftig damit umgehen und sie nicht durch mehrfache Bestellungen missbrauchen. Sonst werden sie das Angebot wahrscheinlich reduzieren oder ganz einstellen. Seht es als Chance, zumindest einzelne medizinische Windeln ohne Folie zum Testen oder Überbrücken bestellen zu können. Leider habe ich keinen Hersteller von Folienwindeln gefunden, der ein kostenloses Muster verschickt. Nicht mal bei den medizinischen. Daher bleibt euch nur Karten. Für die richtig weichen und dicken ABDL-Windeln müsst ihr entweder selbst in einem ABDL-Shop bestellen oder jemand bestellt für euch mit. In der Beschreibung findet ihr die direkten Links zur Bestellung der Gratisproben. Ich hoffe, dass es euch trotz der Einschränkungen geholfen hat. Abonniert gerne meinen Kanal, um keine Videos rund um Windeln zu verpassen und bleibt trocken. Ich hoffe, dass es euch trotz der Einschränkungen gibt.